Hi, ich bin Julian von MountSeven und ich darf euch heute exklusiv das neue Orbea Terra vorstellen. Orbea hat das Terra von Grund auf neu designt, um ein Travelrad für jeden Einsatzzweck und jeden Fahrertyp zu erschaffen. Was neu ist, ist zum einen der deutlich flachere Lenkwinkel in Kombination mit einer deutlich längeren Gabel, was dazu führt, dass das Vorderrad extrem ruhig läuft und auch bei hohen Geschwindigkeiten und auch im technischen Terrain das Fahrrad immer unter Kontrolle bleibt und sehr gut zu handeln ist. Außerdem, was neu dazugekommen ist, ist der verlängerte Reach in Kombination mit einem kürzeren Vorbau, was der Laufruhe und der Stabilität auch wieder im technischen Terrain auch sehr zugute kommt. Des Weiteren ist die Kettenstrebe auf 420 mm angewachsen, sowie das Orbea dem Terra jetzt auch eine Storagebox noch spendiert hat. So, alles in allem ist das Orbea Terra ein absoluter Alleskönner. Dadurch, dass ich vorne die Möglichkeit habe, zweifach zu fahren mit bis zu 34 Zähnen auf dem kleinen Kettenblatt und dadurch, dass ich die Möglichkeit habe, breite Reifen mit 650i und 50 mm Reifenbreite zu fahren, beziehungsweise in 700c auch mit 45 mm Reifenbreite. Zusätzlich hat das Rad zwei Aufnahmepunkte für Flaschenhalter und zusätzlich auch noch die Möglichkeit, Schutzbleche vorne wie hinten zu montieren, falls das Rad zum Commuten oder zum Pendeln genutzt werden sollte. Zusätzlich hat Orbea noch eine Storagebox verbaut, welche im Unterrohr angebracht ist. Schaltung und Antrieb kommt bei dem Rad, was ich Probe fahren durfte, aus dem Hause SRAM. Und zwar ist es die SRAM Force Bremse und die SRAM Force AXS Schaltung hinten drauf. Mit bekannter, knackiger und schneller Schaltperformance. Also, ich durfte das Rad die letzten Tage jetzt immer und um Freiburg schon mal ein bisschen Probe fahren und für euch testen. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr positiv angetan von dem Rad. Es ist extrem laufruhig, tritt sich aber trotzdem sehr gut an und fährt sich aber trotzdem auch noch komfortabel, dadurch, dass das Sattelrohr und die Gabel jetzt noch mehr flexen können. Insofern ist es wirklich meines Erachtens nach ein sehr guter Allrounder, mit dem jeder für seinen Einsatzzweck spezifisch ein tolles Rad finden wird. Also, das wäre es dann mit dem Video von mir. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und habt ein paar spannende Infos für euch rausgefunden. Ich werde jetzt noch den Tag nutzen und noch gemütlich eine Runde fahren gehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020